ARD Text im Auftrag von Funk Random Scheiße Fahrer zum Haus und klauer die Waffen Okay Aber trotzdem viel Spaß Oh, ich hab's gar nicht gelesen Oh, ich hab das da oben gar nicht bemerkt Mission Design bei Nick Marley? Oh, nur Momentos, Senorita Hast du diese Mission wirklich selber gemacht? Oder heißt du so? Das stimmt, kann ja sein Ich wollte nämlich jetzt nochmal das von vorne spielen Gucken, was das war Ich hab's gar nicht mitbekommen Weil oben links stand irgendein Text Ich möchte es gerne mal lesen Neu geht's, random Scheiße Das ist meine erste Mission Und ich weiß, dass die schlecht Schlecht ist Aber trotzdem viel Spaß bei der Mission Yo Yo, Bro Nick Marley So, wieso muss ich den Berg runterrennen? No, 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 no Oh 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 Wer hat mich gesehen? Welcher Lauch hat mich gesehen? Hallo Oh 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 Das einzige was ich jetzt nur noch sagen kann ist Ich akzeptiere jetzt sowas Nur einmal Und nie wieder mehr dann So kurze Missionen Werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr hochladen Das ist jetzt das letzte Video wo ich Nur kurze Mission spiele Ansonsten wenn weitere Missionen kommen Die sehr kurz sind Ich lad's nicht hoch dann Tut mir leid aber Das ist einfach nur so Das ist richtig scheiße eigentlich Mich auch Wir sehen uns zu meiner nächsten DYM Mission wieder Bis dann Das coordinated Also